So hallo in der nächsten Folge von GTA. Eigentlich sollte heute League of Legends kommen, aber das war wohl nix. Ich hatte nur noch Zeit für ein Game und jetzt in der Stunde wo ich jetzt bin, habe ich einen Router Restart, da nehme ich ungern auf, weil ich raus will. Das Game war so katastrophal, das konnte ich nicht nehmen, aber ich will jetzt gleich pennen gehen, muss trotzdem noch was aufnehmen, deswegen nehme ich GTA. League of Legends kommt dann ansonsten morgen, wenn ich es hinkriege. Gut. Dann, ja, willkommen zurück zu GTA 5. Und zwar wollten wir zum Dom gehen, denn ich glaube, wir springen mal wieder Falsche. Auf geht's. Da habe ich dich gasten. Ich glaube für Devin gibt es, wir haben auch noch ein D da. Und da wird es wahrscheinlich wieder so eine Autogramma sein geben. Mal gucken. Da fehlt mich auch noch die Belohnung und so. Und nochmals wurde mir gesagt, ich soll mir die letzten ein bisschen wirklich aufspannen. Ernsthaft? Weil andererseits habe ich auch gehört, ich kriege eh noch genug Geld für alles. Das ist die Frage. Wundere ich mich jetzt gerade. Na ja, dann gehe ich halt mal zu dem Dom und gucken mal. Und da ist es wieder so anders. Ich habe heute sechs Stunden neu gestreamt. Ist das richtig? Ich habe heute sechs Stunden, ne, sieben Stunden neu gestreamt und jetzt auf einmal geht die Aas und was komplett anderes wieder. Naja, dann hat sich Bock. So, äh, Fußgängerweg. Gut, fahren wir mal an den Ort rein. Alles klar. Und jetzt? Will der vom Hochhaus runter. Will der vom Hochhaus runterspringen. Hier habe ich zur Spitze des Mace-Towers. Ja, toll. Wie komme ich auf die Spitze? Muss ich mir von Trevor einen Heli klauen? Wie komme ich da jetzt hoch? Ist ja schön und gut. Also ich kann nicht durch das Gebäude durchlaufen, wie es aussieht. Die Tiefgarage ist unten. Und wie komme ich da jetzt hoch? Ich weiß nicht. Also ich hätte mir ansonsten halt ein Heli geschnappt, ne, aber... Trevor? Ich brauche mal kurz dein Heli. Sonst komme ich da nicht hoch. Glaube ich. Kann man hinten rum? Ich fahre gerade mal hier unten lang. Wie kommt man da hoch? Das ist ja fragwürdig. Also ich kann nicht einfach reingehen, glaube ich. Das ist hier die Mace Bank. Das ist okay. Sieht hier alles super schön aus und so. Aber wir kommen da nicht hoch. Da wird irgendwo eine Sirene. Kann man nicht einfach reinlaufen oder so? Ne, das Gebäude ist nicht existent. Kannst du da nicht reingehen. Ich gehe nochmal außenrum zur Sicherheit. Einmal komplett. Nö. Dann kannst du ja auch ein Ding so rein. Also normalerweise sollte man da rein, aber halt... Spiel hier geht's nicht rein. Hier kommst du auch nicht rein. Mace Bank. Ich komme da so nicht hoch. Okay. Ich muss selbst zusehen, wie ich da hochkomme. Kann ich mir irgendwo ein Heli oder so klauen? Haben die Filmleute ein Heli? Wie soll ich noch hochkomme? Ich komme jetzt mal ohne Scheiß. Das ist gerade sehr fragwürdig. Übrigens, dass Autos verkaufen, das ging nur im Online-Modus, wie es aussieht. Dann gucken wir mal, ob Trevor da ist. Ach, der ist ja fast in der Nähe. Wo stimmt denn der rum? Ach, wir sind im Strip-Clack. Oh Gott. Oh, grossen Douchbag! Ah, Frauen! Wat? Unzensilte Brüste? Darf ich aber nicht ins Thumbnail packen? Okay. Trevor hat tatsächlich... Ja. Ruhe da Hause mit Strich. Glaube ich. Eingehender Anruf. Patricia. What the fuck? Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, ich liebe dich. All you boys. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Du bist so ein guter Freund. Ah, das ist ein bisschen kompliziert. Ich liebe michael und ich... Ich liebe dich nicht. All die Freundschaften nicht. Hey, wie geht's? Martin, dich nachdenken? Er ist hier. Ich gehe. Okay. Ja, dann, äh, gehe ich halt erst mal zur Endfragezeichen hier. Mission Meige. Wissen die überhaupt? Ich stecke halt mein Auto ein. Und ja, ich bin gerade zu faul, die Sachen zu wechseln. Sprinten. Deswegen lauft es einfach so rum. Egal. Äh, ja. Dann, fahren wir halt mal nach da vorne. Schimmelt denn der gerade rum? Da ist er. Mal los. Oh, he's making such a fuss. These Celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, John. So selbstbewussten Unterwäsche da einfach rum. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star. Okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay white. Trevor braucht um die Klamotten. Das kann ich mir in der Länge angucken. Oh, a trip. Such fun. Oh dear, oh dear, what a palaver this is. Decisions, decisions. Das ist so lächerlich. Al ist in the boot of the tarp. Oh, you'll be doing such a favor. I'm really not one for goodbyes. Gucken wir bei dem Tattoo, was er auf der Seite hat. Ist das wirklich? Steht da nicht Michael drauf? Rip Michael. Brother. Lol, der hat sich das mit Michael auf den Arm tätowieren lassen. Was denkst du, er ist? Well, es ist eine sehr große Entscheidung. Okay, komm. Dann fahren wir noch. Lieb dich zu den Eisenbahngleisen. Machst du jetzt wohl den mit oder nicht? Dann zieh mal Auto. Den hab ich aber nicht da geparkt. Okay. Jetzt muss ich die ganze Zeit in den Unterwäsche rauben. Wo sind? Ernsthaft? Ich will mir doch nur einen Heli holen. Hallo? Hey! Hallo? Was ist passiert? Wer bist du? Ich bin der Mann, der dich von A zu B zu holen. A ist der Trunk dieses Auto und B ist ein verrücktes Szenario für meine Wahl. Ich bin der Mann, der sich verletzt hat. Ich bin der Mann, der sich verletzt hat. Oh Gott, bitte, nein! Ich habe Geld an mir. Ich habe viel Geld. Gut zu wissen, Al, gut zu wissen. Ich werde sicher, dass ich das nachher beitragen habe, wenn wir fertig sind. Oh, schade, schade, schade. Bitte, lass mich gehen! Freie, lass mich gehen, Alter! Freie sein Ziel, um Al, die Nachfoli zu erledigen, oder er hat das Auto ansteigt, außer ihn frei zu lassen. Ich fahre nur schicken Leute. Ah! Wius, wir können nicht mehr so toffen. Nicht alle diese Filmkritikerin auch hören. Er schaut doch klauzig, die alte Brick-Video mit dir. Nur mich und dir, Honeybun. Den Spaß mit diesen beiden? Sie sind harmlos, oder? Sie sind nicht hartlich! Das ist ein Parler-Games! Das ist ein Parler-Games! Das ist eine Frau, vielleicht zu ihrer Feest! Ah, ihr lucky boi! Older Frauen sind zu be cherished! Wie ein Cheese! Sometimes die Rind ist der beste Bedeutung! Was wollt ihr? Cars? Drugs? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Du wirst nicht wissen, Al! Und ihr würdet bereits über meine kulturelle Stande! Ich finde das sehr offensiv! Okay... Ja, wenn ihr... Das heißt, ihr Geld dabei! Wenn, dann ordentlich Geld, bitte! Es muss etwas, was ihr wollt! Außer ein Cheeseburger, ein kaltes Bier und ihr schützt die Hölle ab! Ich bin alles gut! Was sie bezahlen, ich werde es doppeln! Sie sind nicht bezahlen! Und warum machst du das? Welch, ich bin schlecht! Welch, ich bin schlecht! Ich verstehe, dass Liebe viele Formen macht! Und... 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 Ihr seht ihr alle unsere Fälle! Ich habe die Fehler gemacht, ich habe nicht zu tun, was zu tun! Ich werde nicht sagen! Ich werde nicht sagen! Ich werde! Wir beide wissen! Ihr wird direkt zur Polizei! Ich werde! Ich werde! Ich werde! Ich werde! $20,000! Stattdags! Richtig! Erhört! Schau! Katscha! Schau! Hör! Oh! Oh! Das wäre den einen nicht anzuschießen! Okay. Sollte aber aussteigen, ne? Ah ja. Wollte ich das Geld nehmen sollen. Kann ich da nicht einfach hinten mir das Geld jetzt holen? Jock! Wir waren schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass ich das schreckliche Passage von Herrn L. D'Annappoli informiere. Train-Akzident. Sehr gut. Ich liebte diesen Mann. Wir erinnern ihn immer. Wie er auf TV war, bevor wir ihn kennengelernt haben. Nicht, dass jeder von uns ihn kennengelernt hat. Tim, natürlich. Äh, ja. Gut. Etwas 10k dabei gehabt. Ich wollte eigentlich testen, wie es geht, weil es hieß ja, ach ja, ich mache erst was so, ne? Und dann kann ich es immer noch holen, das Geld. Oh, ein Hase. Wollen wir Wild jagen? Ne, die war nicht. Haben wir irgendwo einen fahrbaren Untersatz? Haben wir. Könnt ihr zufällig einen angeschossenen nackten Kerl mit Unterwäsche und einem Sturmgewehr auf der Straße mitnehmen. Achtung, Anhalter. Darf ich einsteigen? Gut. Ja. Danke, 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 danke. Raus da bitte. Danke, danke, danke. Einmal Wasser. Danke, danke. So. Jetzt muss ich immer noch ein Heli besorgen für unseren Lieben. Für unseren Lieben. Dankeschön. Dann. Franklin. Eine Hoffnung, eine Hubschrauber ist da. Tja. Ich weiß nicht, wie ich sonst auf das Gebäude gerade hoch soll. Also man kann das Gebäude an sich nicht begehen. Ich könnte mit dem Fallschirm vielleicht von einem höheren Gebäude da hinspringen, aber ich weiß nicht, ob ein höheres Gebäude da nicht ist. Das Suchen will zu lange dauern. Also gucke ich mal, ob ich eventuell von Trevon & Haley ausleihen kann. Was heißt? Tja. Oh. Das ist ein Event. Tja. 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 fliegt mal ganz kurz raus. Ich fahr mit dem Taxi mit Franklin hierher, bin schnell und hol mit ihm gleich den Heli, anstatt den Heli dahin zu fliegen und dann zu gucken. So, jetzt muss ich einfach mal ganz kurz hier hin. Okay schon, so, und ich mache mir kurz den Flugplatz. Wegpunkt, dazu rufe ich Taxi an, Kontakte, Downtown Cab & Co. So, man sollte gleich schon Taxi vorbeifahren. Vermute mal, das kommt von links. Nein, kommt's nicht. Es fährt gegen den Strom. Ja, genau so'n Taxifahrer wünsche ich mir. Wegpunkt. Äh, Zielauswählen. Überspringen. So teuer kann's gar nicht werden. Franklin hat 800.000. Sorry man, I gotta make a living. Was? Wieso habe ich hier einen Stern? Wollt ihr mich vereiern? Was? Der Heli ist nicht da? Oh, jetzt hängt's gerade. Jo, das Spiel ist einmal abgestürzt und es hat natürlich nicht gespeichert, glaube ich. Ich bin wieder mit Trevor hier in dem Dings, so wie es aussieht, gelandet. Ja, Trevor ist genau die richtige Stage für dich. Kann ich dich hier runter einfach? Danke, 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 danke. Darf ich durch? Warte kurz, hab ich jetzt wieder noch die, ähm... Hab ich hier noch die, äh, optionale Mission von dem Dings? Oh, da haut mich die noch nicht, oder, äh, ist die weg. Ja, komm, schweige euch drüber. So. Ne. Devin hab ich hier. Das war jetzt die Geschichte mit uns und Franklin. Boah Gott, dieses... Warum muss er das gerade abstürzen? Ich war so kurz davor dahin zu fliegen. Dann siehst du, Franklin ist hier. Man, ich bin drunter, aber ich bin nicht drunter. Sagt der öfters, der war in einem anderen Lokal. So. Da wollte ich ja, ne? Der Heli war irgendwie auch nicht da. Wegpunkt. Komm schon. Ja, hier, komm schon. Cap. Bitte, 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 bitte. Oh, da ist ja ein Taxi. Hey, kann ich einen Cap bekommen? Kein Problem. Ich habe einen da in ein paar Minuten. Danke. No way. Taxi, bleib stehen. Komm schon, Junge! Let's go! Oh mein Gott. Bleib nicht stehen. Ich will jetzt nicht näher zu kommen. Schade. Schade. Schöner Flitzer. Jetzt haben wir doch schon wieder Taxi. Hört doch mal stehen. Wo soll ich denn dann da hinkommen? Ah, da vorne. Kann man schon sagen. Egal, ich will eigentlich nur die Fahrt überspringen, damit es schneller geht. So, komm schon, hinfahren. Ich will dich da hin. Meine Güte. Muss man das doppelt machen. Ich war irgendwie disconnected. Warum bin ich, warum kriege ich, hä? Wo habe ich denn einen Stern, nur wenn ich hier hin will? Und warum ist der Hidi nicht da? Das war doch vorhin auch schon der Fall. Habe ich hier Verbot, oder was? What the fuck? We have a visual. Moving in. Warum habe ich einen Stern bekommen? Nur weil ich hier, Travers... Kann ich da einsteigen? Ich kann da auch nicht einsteigen. Ja gut, dann Dings kann ich wechseln. Was ist denn das für ne Kacke? Wie soll ich denn da hinkommen? Das macht doch keinen Spaß mehr. Ich soll mehr Kacke machen, habt ihr gesagt, ne? Zone etwa. Kacke genug. Jetzt hab ich da Sterne. Ich hab gemeint, hinten drauf schießen, dann hilft's auch. Es endet jetzt in einer witzigen Schießerei, aber... Man, das Spiel verarscht mich doch. Es macht keinen Spaß. Ja, ich verliere jetzt mein Leben. Wird. Ende. Ich hatte auch keine Deckung gehabt, dadurch wahnsinnig viel Waffen. Außer gefischt. Sandy Schwartz Medical Center. Neh mich wieder. Wie viel Geld hab ich verloren dadurch? Habe ich doch Geld verloren? Warte kurz. Escape. Achso. Das ist ja alles nackt Sinn. So. Zufrieden wieder? Gut. Ich hab die Nase voll. Ich brauch wieder ein Cap. Und ich fahr zurück zu ähm... Das war jetzt scheiße. Ich wollte mich gleich schon auf dem Weg markieren, während ich am Telefonieren bin. Aber das geht anscheinend nicht. Was für ne Chaos-Folge. Hast du keine Cap? Ich sende einen jetzt raus. Apprechiert. Meine Güte. Es macht keinen Spaß. Weißt du, ein Heli war da. Dann hol ich einen anderen Charakter ganz schnell dahin und der Heli ist nicht mehr da. Trevor hat irgendwie noch rumgeschimmelt gehabt, glaub ich. Aber trotzdem. Dann fahr ich eben jetzt... zu Devon. Seine Baustelle. Lass mich ran. Und überspringen. Boah. Ist ja schlimm hier. What? Wir sind hier. Was ist krank? Hey, ich habe die letzte Runde auf der Liste. Bereit zu gehen? Shit. Ich bin bereit, um zu bezahlen. Crazy man hat die anderen. Komm mit mir bei Glas-Heroes und Strawberries, damit wir die verdammte Sache machen können. Ich bin auf meinem Weg. Okay, hol den Wagen. Okay, hol den Wagen. So. Muss ich denn laufen jetzt, oder? Hm, sieht so aus. Ist nicht allzu weit. Will ich noch mal in die Folge packen? Dann fahr ich noch rein. Keine Ahnung, wie lang oder wie weit ich grad schon bin. Hier etwa. Ja, da ist er ja. Oh lord. Ach, das ist das Auto, oder was? Das ist schon das Auto, was geklaut wurde. Das Amager-Shit hinter mir. Ich bin jetzt ein Professioneller. Wie du und die alten Brüder. Also sag mir, was hat denn passiert? Ich sah den Runde. Ich habe den Runde. Ich hatte den Runde. Keine Dramatis. Keine Sicherheit. Keine Ahnung. Keine Ahnung sagen, wer der F*** ist dieser gangliche Mothaf*** in meinem Auto. Naja. Das ist überraschend, Mann. Das ist ein schade-ass-Shit. Mann, chill. Okay, da scheint was in Busch zu sein. Be careful, line it up on the truck. The final piece of the puzzle. That's teamwork, motherf***er. Bossman's happy. Then we'll get moving. Man, this old buster-ass nigga ain't no boss. Enough nigga, get your ass in the truck. Let's go. Okay. Let's get the truck in. Paletto Bay, Sonora Freeway. Da sind ja jede Menge heiße Schlitten drauf. Gebt dich zum Übergabber. Hey, it's, uh, cozy in here. Scooch up, homie. Yeah. Scooch over here. Scoochin' in that crazy dude? Oh, hell nah, that nigga stink. Get over here. I don't bite. Dang, what I heard. All cannibalistic and s***. Frank, what you been telling him. I say what I see, homie. You dig on man meat. Ah, rumor and hearsay. We got a long way to go. Okay. And this thing? Yeah, about four hours. Shit. It's your operation, Slick. Shit, if you are right driving, I'mma catch up on some sleep. Go for it. It's a hype being the boss. Meant to be running things, but this fool sleep. Yeah, I'll be asleep in your ass stop talking nigga. Oh god, this dauert echt lang. Ich glaub die, das pack ich noch in die Folge mit rein oder so. Hey man, what that other dude? The dude that creeped on that dude. Michael, these creepin days are done. Well what you mean? He stopped creepin? No more creepin for him. He like, retired from, from creepin? From everything. That's funny cause, like, the boy Frank didn't mention shit about that. And as a matter of fact, I don't even know the dude. Because some of the usual things you got, I would've liked an invite to the retirement party. There weren't no party. No party? I used the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that kills dudes and eats dudes and fuck dudes, you talk fruit. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid or the fact that you do some messed up shit? Or where the other dudes at? Like, maybe he's dead. The last one. Oh, shit, man. Fuck. Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. Shit. Yeah, bummer. But you know, he wasn't the good guy he made out. Man, dude was a killer, a thief, a liar and irritable and shit. Yeah, a liar above all else. A fucking liar. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Oh, he lied to me. Oh, he lied to me. I got some bitch he didn't call for 10 years. Fuck, man. He fucked you. The fucker got fucked. Damn. He fucked fucked up himself. Shut up. Man, the first time's always special. I hope he was gentle with you. Enough for that. And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. Oh, I'm going to go ahead and sit on the other way. But the Michael fucked. Yeah. The Michael fucked. And the Michael fucked Brad. And the Michael ran off with the FIV. Brad? Who, who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen. When actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's dead and it's all okay? Michaels current condition is unconfirmed. Second. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay, that makes a lot of fucking sense. So can's aber auch Spaß machen beim Fahren. Hm, Fahren 70. It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road, dude. They got bad munitions. Truckers on the blacktop making dew. I don't need to make dew. I need to make snaps on these rides. Sure. Yeah, the time will come. I feel like I'm full in Trevor. Because I'm full in Trevor. It's just me and you. What? What are you trying to say? You want me to attack you off or something? Jesus! No! God no! Of course not! Unless... Man, you's a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever man. It's just... Truckers are a symbol of this country. No part of its mythology like Cowboys, Gangsters, Hobos, Gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from Hobos. Maybe tired with Hobos. Freedom. Loaners in the night. You know what Truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it. Aside from not looking freight around the country. You got about all the necessary prerequisites for a fine career in Holland. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. Alright, alright, alright. I see you still touching. Tja. How's Franklin doing over there? Ah, dude getting paid to sleep. I don't even worry about him. Ah, sleep of innocence. So he like, in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead. A puppet. If you look. With Devin Westons hands up there. Right up to the elbow. That dude. Real say. Ooh, he's repulsive. But once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. That's what I want him to see. That's what I want him to see. So, tell me man, how are you in a meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? Ha. Yeah, I don't know. Yeah, you know. I don't want to reminisce. The wounds ain't healed. You're such a delicate that know. Be attention. Where's your pussy at? What you got in there? Screw you. That's good. Let it out, homie. Go on, let it out. The turd was probably playing me from the start. Right, yeah. Probably. How are you doing? Where? When? Alright. Alright. Fuck! But we're going to see the next part, we're going to see the next part, we're going to die operation. There's one vehicle I could buy when I needed it. We were kids. Kids with planes. So, this guy I know, says there's this other guy, he needs some hot cargo, to move across. Or, Mike's car. And I don't know enough to check references, so I'm in. A few days later, I'm waiting on the runway, I see this dust coming up off the road. Only, it ain't one dust trail, it's two. I got told one guy in cargo. First car comes through the gate stops, someone comes out. My age, just twenty, kinda. Oh shit, what's happening? Wake up you dozy motherfucker, one time was on the ride. This is what happens when you fall asleep on the job. What you gonna do? Alright, shit. I'll handle this. If you keep driving, I'll use the JB 700 to get rid of it. Devins lawyer said there'll be some new hardware on board. Hey, don't forget the heads, you know what? And zwar im nächsten Part. Bis dahin, lass garten. Und tschüss. Basta n